Und vorbei, weil das 35 Grad mache ich nicht. Ach, das ist ja mal. Na, da spüle ich sie mit dran. So, jetzt ist das Ding abgekühlt. Jetzt rohre ich mal eh der normale her. Ohne, dass die wieder von alleine runter brennt. Oder zumindestens. Die brennen ja nicht runter, die werden ja nur erhitzt. Ein Verein, das kranke ist. Da war ich bei eh nur. Äh, Arbeitsglächer auch. Die sind immer so witzig, geldmäßig. Und die Teile, die ich hab, die werden ja nur erhitzt. Ja, die brennen ja nicht runter, die kippen, die werden erhitzt. Dadurch kommt ja Qualm, Nikotin, so ein Rotz. Und mein Arbeitsglächer hat aber gedacht, du kannst die Dinger normal rauchen. Ich sag, die kannst du nicht normal rauchen. Trotzdem probiert. Schön mit Silberpapier und alles mitgerucht. Oh, alter. Nur, um das es ein bisschen qualmt, ist der Hochtabak. Ich sag, alter, das ist aber nicht der Tabak, der in der richtigen Kämpfe drin ist. Oder? Also, es ist der HLV-R in der HLV-R in der HLV-R in der HLV-R in der HLV-R Ich könnte mal Hilfe gebrauchen. Ich hab gleich Ult, dann mach ich Schild. Nütze es. Schau! Ja, das war auch gegen mich, was meine Tür holt. Herr Kappe! Ja, Vincent, du tust aber nur meine Waffe laden, ne? Vincent, das willst du nicht. Ich habe fast so viel geblockter Schaden wie du, ey. Na, die eh ne Wand war sinnlos. Ich sage dir gleich, ich nutze die Wand, wenn ich sie brauche. Nicht, wenn ich irgendwelche Ults unterbrechen muss, weil da warte ich immer Stunden. So, ich habe meinen Teleporter total vergessen, Mensch. Ich habe ihn nicht. Ich hoffe, ich habe ihn nicht. Ich hoffe, ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ja, Vincent, na, sterb ich. Ja, die wollen mich nicht unbedingt killen, Alter. Das ist so eklig. Aber okay, auf der Zecke. Ich kenne da jemand, der freut sich über euch zwei. Mal gucken, was ihr zu meinem neuen Freund sagt. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht, ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Was machen wir? Jetzt kann ich. Was machen Sie? Was machen Sie? Oh, was du? Oh. Oh, was du? Oh, was du? Oh, was du? Schlechte Laune hab. Oh man, ja. Lass mich in Ruhe. Oh, ey. Ich könnte eigentlich Farrah nehmen, ne? Echt jetzt. Über dir. Hinter dir. Er ist halbtot. Na, vielleicht war er halbtot. Ich muss hinterher die Spielen. Ich krieg die offensiv, krieg ich die nicht weg. Oh shit, das geht auf mich. Jetzt hab ich komplett gefehlt, Alter. Ich hab die nicht getroffen. Oh, jetzt mischt ich aufpassen. Go. Rotor, geh mal bei mir. Rotor, geh mal. Rotor, geh mal. Rotor, geh mal. Rotor, geh mal. Da wird es nie. Lass mich in der Heilung in der Ruhe. Boah, halt auf, ey. 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 Oh. Boah, halt auf, ey. 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 Ja, ich hab ja, ich hab ja alleine gespielt. So, ich bin... Ich hab ja, ich hab ja...